Nach der Trennung von Oliver Pocher tut sich bei Amira schon wieder einiges. Wie sie in ihrem Podcast bestätigte, könnte es mit dem ProSieben-Moderator Christian Düren durchaus auf etwas Ernstes hinauslaufen. Zuvor waren die beiden mehrmals vertraut in Südafrika abgelichtet worden. Oliver Pocher hingegen ist offiziell Single. Was im vergangenen Herbst wirklich mit Cora Schumacher lief, ist nach wie vor unklar, die 47-Jährige behauptete im Dschungelcamp. Eine Affäre mit dem Comedian zu haben, er selbst kommentierte das Thema aber immer nur augenzwinkernd. Mittlerweile ist Schumacher auch klar auf Abstand gegangen. Im Podimo-Podcast Die Pochers. Frisch Recycled teilt Oliver Pocher jetzt ein Liebes-Update und gesteht, dass ihm das Daten keineswegs leicht fällt. Oliver Pocher holt gegen Amira aus. Zunächst geht es im Gespräch mit Sandy May Wölden um Amira. Die hatte nämlich in ihrem Podcast Liebes-Leben im Hinblick auf Oliver Pocher behauptet. Ich habe entscheidende Dinge, die mir wirklich wichtig sind an einem Partner, ignoriert. Die waren von Anfang an nicht da und ich habe es ignoriert und mich auf zwei, drei andere Dinge fokussiert. Also eigentlich bist du ne Red Flag, hält Sandy May Wölden jetzt dem Comedian vor. Dazu führt sie aus. Naja, Kinder, gescheiterte Ehe und so weiter ist ja schon eine Red Flag. Oliver wiederum ist davon so gar nicht begeistert und holt zum Gegenschlag aus. Also war es für sie einfach blöd, einen treuen, liebenden Ehemann zu haben, der ihr zwei Kinder geschenkt hat, die wunderbar sind. Sie zur Multimillionärin gemacht hat. Um dann, nachdem man reich geworden ist, einfach zu sagen. Ach, das reicht mir irgendwie nicht mehr. Ich muss positiv abgeholt werden. Ist das der bessere Punkt? Der 45-Jährige macht kein Geheimnis daraus, über die Trennung nur schwer hinweg zu kommen. Sein Ehe-Aus verarbeitet er unter anderem auch in seinem aktuellen Programm der Liebeskasper, mit dem er seit Januar auf Tour ist. Dating-Geständnis von Oliver Pocher, im Podcast bekräftigt er, dass es nicht leicht für ihn ist, eine neue Partnerin zu finden. Was soll ich mich zum Thema Red Flag äußern? Für mich ist es doch eh relativ schwer, irgendjemand kennenzulernen, erklärt er resigniert. Das Problem aus seiner Sicht ist sein Promi-Status. Dass er deutschlandweit bekannt ist, scheint für ihn ein großes Hindernis zu sein. Dementsprechend fährt er fort. Was soll ich nehmen? Eine, die taubstumm ist und im Idealfall nicht aus Deutschland kommt und noch niemals gehört hat von dem, was ich mache, wie ich es mache, wo ich es mache. Eine, die nicht ans Handy geht und nicht sagt. Ich google einfach, ob ich irgendwas über den im Netz oder so finde.